So, dann gehen wir mal weiter, wo es weiter geht jetzt hier. So, da geht's. Achso, ich war schon richtig da oben. Okay, gut. Mauern sind ihm kein Hindernis. Sowieso. So. Komm, runter mit dir, Talion. Dankeschön. So. Wie ist denn der gelaufen? Ungesehen komplett. Eine Kreatur wandelt auf gefährlichen Faden. Durchaus. Das ist gut. Das ist ganz normal bei dem. Walsche Richtung, diese Richtung. Was ist denn da? Ach, Fledermäuse augen da. Komm her, Gollum. Gollum. So. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Das ist ein Wunsch. Was für ein Zauber ist das? Ein verlorenes Abstück, Talion. Du erinnerst dich? An einige Vereinzelte Bilder? Ja. Nur wünschte ich, ich hätte sie vergessen. Deine Familie. Was ist dieser Schmerz, der uns verbindet? Elende Kreatur, was willst du von mir? Oh nee. Ein Karagor. Komm her, Hübschi. Es war direkt in deine Fresse rein. Es läuft davon. Der leuchtende Herr. Trophäe. Sehr schön. Sie scheinen die Karagor bis hier verfolgt zu haben. Neue Feinde. Jäger. Jäger sollten schnell gehörert werden. Drückgewehr und das Laufens X, um den Span auszuweißen. Oh nee, da hinten sind schon so ein Karagor angelaufen kommen. Ich habe keinen Bock auf... Auf... Wie viel Kugel... Wie viel Falle will das wie eigentlich mit Kugeln fallen? Ausweichen drücke ich... Ich will nichts, um auszuweichen. Das ist okay. Oder... Die Sieg... Ach scheiß drauf, fast getroffen. Ach doch, das war sogar scheinbar richtig. Schrei für mich. Komm her, Jüngchen. Komm her, von dir sauge ich jetzt die Lebenszeit eigentlich aus. Das ist mir egal. Okay, kann ich gar nicht. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Dann nehmen wir uns mal diese Pflanze hier. Komm her, Gollum. Er wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still, mein Schatz. euch nicht mehr, Du glaubst, es wäre so leicht sich an mich ranzuschleichen? Nein, nein! Tut uns nichts! Was warst du davon? Leuchtender Herr. Ja. Wir kennen ihn. Leuchtender Herr kam zu uns. In unseren Träumen. Du siehst mich. Gnädelnde Kreatur. Der Schatz. Er hat sie gezeigt. Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Genug der Menschen. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören dem leuchtenden Herrn zu denen. Wir zeigen ihm seine Schätze. Halle. Halle. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wie ich bin? Nee, eigentlich nicht vergleich. Ja, ich eh schon weiß, wie du bist. Der Verfolger, auftrag abgeschlossen. Hey. Hey, jetzt haben wir neue Missionen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu dem Turm hier. Gold, um Eintrag anzusehen. Gollum ist eine bändliche Gestalt, die ihren ursprünglichen Namen vergessen hat. Es war, er war einst Smeargold. Ein Hobbit, der durch den einen Ring unrettbar verderbt wurde. Smeargold hielt den Ring, den er liebevoll Mein Schatz nennt, durch einen Verrat und nahm ihn mit sich in seiner Neuheimat unter den Nebelbergen. Unter dem bösen Einfluss des Ringens lebte Smeargold jahrhundertelang, wobei er den Verstand verlor und seinen Körper eine blasse, knochige Gestalt ernahm. Die Eorgs, die er überfiel, nannten ihn aufgrund seines schrecklichen, rülgenden Hustens Gollum. Und der Name blieb haften. Smeargold gibt es nicht mehr. Nach vielen Jahrhunderten wurde der Ring ratlos, mehr rastlos und suchte sich einen neuen Besitzer. Den Hobbit, Bilbo Beutlin. Doch Gollum hatte, hat seinen Schatz nicht vergessen. Ein Zeugen von der Macht des Erschaffers des Rings hat er sich nach Mord aufgemacht, um ihn zu finden. Sehr schönes Ding, Gollum. Das müssen wir uns aber nicht, wir lassen nur die Torrel-Dinger da. Das haben wir hier. Das ist nie genau für die Orte. Da glätzt uns vielleicht irgendwann anders mal durch. Die Hügel von Tarost. So, gehen wir erst mal zu dem Tower. Zu dem Schmiedetirm und holen uns den. 50 Miran haben wir wieder. Wir haben scheinbar eine Verbesserung. Ja, das haben wir. Was holen wir uns denn? Eigentlich würde ich schon gerne mal erhöhten Fokus. Dann können wir uns noch gar nichts holen. Gar nichts können wir uns noch holen. Schade. Das schwaben wir erst mal für uns. Dann wahrscheinlich noch mehr Gesundheit. Gemarmen. Und erneuern. Sehr schön. Was? Was haben wir denn hier? Hinti-Grube. Okay. Zuerst steht eine Mission. Was haben wir hier? Uh. Eine Machtkampf-Mission. Haben wir hier oben. Hier hat er einen Plan, der oftmals nicht des schwarzen Hauptmanns Off und Dunen lenken kann. Ausrückung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleiche gegen die Festung der Obux anbefreit die Ausgestoßenen. Okay. Was haben wir hier? Red-Bag-Mission wahrscheinlich hier oder was mit Gollum, ne? Jo. Und die Versagen machen wir erstmal die Machtkampf-Mission. Ich bin verwirrt, dass ich so viele Haupt-Stories habe. Gefühlt 300 Zahlen, die man machen kann. Na ja, dann sage ich immer vielleicht nach zu Gollum oder zu Red-Bag. Klar. Wenn der Armbruch so umgehen, Bruder, das glaubt ja auch sowieso jeder. Urugs veranstalten Festmalle, um große Taten zu würdigen und sich mit anderen Urugs und der Kunst des Koch-Trickens zu messen. Wenn das Festmalle ungeschöpft bleibt, lenkt der Gastgeber Macht. Misch dich ein und das Fest-Misch dich in das Festmalle ein, um es auch wahnsinnig zu schwächen. Belohnung 40 Macht. Ich bekomme mehr Macht als der Obux-Ele-Bag, okay? Lass uns den Hunger und Durst stillen. Genau. Was weiß ich denn so? Uka Kuber. Also. Uka Kuber. Einwürdige Verförderngriffe. Kann durch Todeschuss vom Rücken berittener Bestie sofort getötet werden. Wow. Warum nur vom Rücken einer Bestie? Hast Niederlagen. Hier taucht manche Un- Oh, Schleicher taucht manchmal unerwartet auf. Okay. Schwere zu töten möglicherweise ist eine Rote Sturz notwendig. Oh, das kann nicht in Feinig versetzt werden. Früchtet niemals. Na dann. Brenne, du kleine Schnecke. Das wird nichts. Menschen abzaubern. Moin. Jetzt kann das Fest mal wirklich beginnen. Wir werden uns laden an deinen Überresten. Nee. Bruder, darauf habe ich eher weniger Lust, dass du sowas magst mit mir, okay? Nimm es dir bitte nicht persönlich. Ja, ist okay, Bruder. Komm her. Komm her. Guck mal, kriegst du den Krick noch. Ich bin zu schnell für dich. Ach ja. Oh, kleine Faxenjüngchen. Der nimmt dann einfach gar keinen Schaden. Der kleine Sack. Das war vielleicht nicht schlecht, weil wir Betäubung vielleicht von oben. Hör auf, kein Leben immer wieder aufzufüllen, wie so eine kleine Schnäpfe, alter. Langsam reicht's auch mal, Junge. Gott, ey. Oh, doch langsam mal Zeit, dass der abkratzt. Komm her, Jönkchen. Du gehst mir. Du Früchtchen. Du bist mein. Könnte man eigentlich auch machen. Was ist das? Oh, ne, richtige Mission sogar. Ein paar zerbrochende Werkzeuge haben die Sklaven. Zu Tag. Zu Tag an. Alter, Dicker, ich hasse es. Zu Tag an erfolgt er verdammt. Tötet die Uruks, die die, die, die sie bewachen und rettet die Sklaven. Gerne doch. Ich rette doch gerne irgendwelche Sklaven. Die beiden nur. Oh, ne. Tötet die Uruks mit der Vorsprung-Tötung. Na gut. Komm her. Du Früchtchen. Oh, Vorsprung-Typen. Das ist kein Vorsprung. Ja gut. Ja gut. Blute für mich. Das hat jetzt nicht so gut, dass er das nicht so funktioniert, wie ich das Gang gehabt hätte, aber ist okay. Ich bin direkt hinter dir. Dürfen sie eigentlich nicht da hochschaffen. Eigentlich. Bruder, ich hab da die ganze Familie ausgelöscht. Normal. Ich hau immer ab. Ja toll, jetzt stehen die halt alle da unten, dann krieg ich die halt nicht mehr weg. Sober. Meine Klappe. Komm, mehr Früchtchen. Was war das für ein Geräusch? Den Tod. Moin. Tschüss. Dein kleines Früchtchen. Und jetzt ziehen wir uns noch richtig hoch. Und da sind die Sklaven. Willst du uns wirklich alle retten? Ja. Dann gib nicht auf. Nee, eigentlich will ich euch nicht alle retten. Hat hier keinen Sinn. Darf ich die Info machen? Dankeschön. Der Hauptmann. Okay. Oh, da gibt's direkt zwei U-Bucks. Na dann. Kann durch Kampftodesstoß sofort getötet werden. Das gefällt mir sehr. Oh, da weiß ich, an welchen wirst du mir gleich machen. Welche Gedanken verleihen euch in der Schlachtstärke? Ich hab gesehen, wie du das Werkzeug zerbrochen hast. Sehr, wie du... ...die Werkzeug zerbrochen. Endlich bin ich frei. Halt die Klappe. Wenn du deine Satzzeige zerstörst, lassen wir dich mit bloßen Händen kramen. Schleicht da jemand umher? Solche Qualen für eine einzige zerbrochene Schaufel. Diese Urwuchs haben mir gezeigt, was wahre Grausabkeit ist. Was sag ich mir? Was erwartest du denn auch von... Uhr, ist das so freundlich mit dir umgehen? Bro. Chill. Fight-Eataste? Duell. Zeit für ein D-D-D-Duell. Also, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Wir haben uns das so zu sagen, wir haben einen kritischen 3-4-5. Na gut. Das ist unwichtig. Gut, dann können wir euch kaputt machen. Aber... Vielleicht wird es ja irgendwann nochmal von gebraucht. Den haben wir schon, oder? Ja, doch, der ist blau, den haben wir. So, dann haben wir uns direkt nochmal Informationen über den Vogel hier. Kann durch Kampf- und Schleichtöte sofort getötet werden. Sehr schön. Direkt mal zwei super einfache Gegner. Ja, wir haben ja mehr Früchchen hier. Sehr schön. Ah, und ich kann mit Kampf-Totenschutz getötet werden, also... Wir haben uns ja wahrscheinlich eine Hinrichtung dann, das als Kampf-Totenschutz sie ist. Und dann mit einer Schleichtöte sterben sollen zu einer großen Armee vertreten. Was war das? Oh ja, und dann mit einer Schleichtöte-Ginsekt sterben. Das gefällt mir sehr, aber das ist eine Festung, das gefällt mir nicht so sehr. Und wir kämpfen einander auf den Tod und um ihren Mut unter Beweis zu stellen und ihre Gegner aus dem Weg zu räumen. Wer auch immer flieht oder stirbt, hat das Duell verloren und der Gewinner erlangt Macht. Misch dich ein und es dauert uns ja mit so schwäch. Wähl ich tun. Ich hab dich da, wo ich dich haben will, Wurm. Ich weiß, dass die beiden aber lachen. Ich würde sagen, wir gucken uns das an, oder? Oder mischen wir uns ein. Ich würde sagen, wir stechen, wir massakrieren den direkt, Alter. So, der ist schon mal tot. Dann sollten eigentlich ein paar Leute fliehen. Wobei, eigentlich nicht, der ist ja noch ein Hauptmann da. Alter, geh mir nicht auf den Sack, Junge! Der ist auch tot. Ja, genau, das ist das Problem, wenn man in Festungen drin kämpft. Der Hauen sie natürlich nicht ab, wenn sie dann Mut von ihrer präglichen Festung bekommen, natürlich. Die hast du zu spät gesaved, Bruder. So. Früchtchen. Jetzt spielt noch X aus. Oh, nö, jetzt haben die noch Jäger geholt, Alter. Jetzt wird es ziemlich interessant. Die müssen zuerst wegwägen. Oh, wer brennt denn da? Oh, nö! Hier gebührt es nicht, im Schatten dieses Monuments zu stehen. Ich wusste doch, ich hab da ein Reben hören. Das ist ein Witz, Digga. So. Ich kann manchmal nicht abwehren, das geht nicht. Ich kann manchmal nicht abwehren, ich drück Dreieck, und da passiert aber nichts. Modsfell. Ich kann da manchmal echt nichts tun, ey. Das ist so zum Kotzen. Super, Skiri kommen zwei Leute getötet, es bekommt zwei Leute, die wieder Macht. Super, ein neuer wurde befördert. Dankeschön. Der Koch und den Urus herrscht. Ein ständiger Konkurrenzgerufen herrscht. Wenn du auf der Seite hältst, du macht Berichte, in die du Kamper gelingen... Ja, gut. Natürlich hat er jetzt auch noch überlebt. Ach, der wird den Beförderfluss nichts tun. An den anderen wurde... Warum wird ein anderer befördert denn... Sie? Ach, der wird auch befördert. Klar. Modsfell, der Koch. Klar. Der wird aber zum Koch befördert, oder was? Natürlich! So, Bruder. Du befindest dich da oben in einem Machtkampf. Das ist aber sehr, sehr schön, dass du dich da oben befindest in einem Machtkampf. Das sind diese Türme aus Silber. Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind blasse Reflektionen des Lichts der beiden Bäume. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Genau.